jetzt aber ich war ja gut das ist strange mit der rockwell auf punkte modus und ich vergesse auch fertig ich bin doch noch ein ding spums ja ist ja nicht schlimm du kannst ja trotzdem auf grün drücken das läuft ja du ja wie drei sekunden lang oder so ja ja ich habe keine ahnung wie punkte modus geht na also vielleicht ist so was witziger ist vielleicht aber auch nicht gegenseitig abballern aber ja gar nicht nein also habe ich das jetzt nicht verstanden wir müssen punkte machen wir haben letztes mal gespürt und jetzt spielen wir mal punkte mal gucken wie das so ist es geht los punkte auf was gegner töten und tauben schießen dicke füße jetzt ja noch irgendwelche rätsel oder so die man da mal so schnell ich habe punkte spielen noch nie gemacht hier ist was eine 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 bam eine bam bam ich habe ja auch eine bam bam hast du genommen nimm die mit wie es umsonst ein bisschen aus wie alien so Oh, hier oben ist noch Munition. Nö, ok. Warte ich mal auf. Ich hab alles full. Achso. Was war bei dir da oben in der Höhle? Ehm, Tommy Gun. Hier ist jetzt wieder eine Tommy Gun. Geh mal da weg. Ist das ein Auslöser? Ja. Ok. Ok. Warte, schmeiß den Knottkriegzäuber ein. Warte mal nicht schießen. Um. Hahaha. Warte auf das Ding da oben. Die verbrennen da jetzt. Warte. Oh ja. Warte. 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 Oh ja, ok. Jetzt hast du noch zwei. Ich bin cool. Ich bin cool. Gönn dir. Das ist ja auch voll. Oh, schade. Ja, wir können hier oben Munition aufladen. Oh. Wow, 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 wow. Mach mal auf hier, statt dich zu rennen. Ja. Oh, ok. Komm zu schießen, da ist nix mehr. Da war eben noch einer. Er ist nämlich auf dich zugerannt. Ja, den hat er schon erschossen bevor er gelebt hat. Oh. Oh. Kann man nochmal seinen Bodenzauber aktivieren? Welchen Boden? Hat er den Zauber hier, den... Eh. Du meinst hier, wenn das Medaillon voll ist? Ja, ja. Ja, eh. Merklich. Oh. Ja, 40er Moni. Wollen die, dass man da einmal mit allen durchgeht, oder was? Ja, da krieg ich ne Donnerbüchse. Ist das euer Ernst? Woo! Oh. Äh, da ist noch einer. Nicht cool. Nicht cool. Eieiei. Oh. Okay. Ich kann nicht richtig zielen mit dem Ding. Das ist mir... Ja, jetzt. Was? Das streut zu sehr, meine... ...Schrugflinte. Am Rücken? Lauf weg! Lauf weg! Der hat den am Rücken. Oh, oh, oh. Oh, okay. Äh, ich würde gerne mal kurz Money holen. Hier bei mir auch. Achso, unten. Ja. Ja, der kommt mir gerade ein bisschen hinterher. Ein bisschen sehr hinterher. Woll jetzt einfach durch den Linden durch. Ja. Ja, burn mal ein bisschen. Ja, burn mal ein bisschen. Ja, komm, 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 komm. Ein bisschen drehen, bitte. Holy, okay. Hast du Leben bei dir da oben? Nö. Okay. Ich sehe nichts, aber schafft hier die Krabbel auf. Scheiße. Äh, bop, 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 bop. Doch von mir ist Leben. Okay. Ja, ich bin jetzt gerade kurz nach oben gelaufen. Und der Dude, der folgt mir echt wirklich nach oben. Oder wie? Ja, ist klar. Okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Woo! Okay. All right. Okay, Emma kurz bei dem blöden. Okay. Okay. Ah, das klappt. Lässt er noch ein bisschen ab hier. Oh, der wickelt so viel. Will der doch nur in den Rücken schießen. Woher soll ich wissen, was du parallel machst? Dasselbe wie du. Ja, easy. Autsch. Oh nie. Ja, der Große hat gefreezed. Ja, aber hier laufen auch so Spackos durch die Gegend. Ja, und? Ja, genau. Mitten in der Animation. Oh, ich hab doch den Kopf getroffen, was soll denn der Kack? Ja, ich hab den Kopf getroffen. Ach, da hinten. Nein! Ja, jetzt! Ah, easy. Ammo. Question stop. Uhhh. Ich kann was aktivieren. Oh, das ist dann abgeschlossen. Oh, du hast, äh, mehr Schaden gemacht. Oh, du hast, du hast, du hast. Das ist aber wegen den Dingern da. Wegen deinem Ulti, oder was? Kugeltreffer und nie gestorben? Nee, warte mal, da kann man noch so Zusatzbonis rein. Ja, aber das war's jetzt. Mir ist hier nichts zu tun anscheinend. Haha, Leute, easy.